Hallo Leute, es geht weiter mit Days Gone. Ja, ich mache weiter an der normalen Story-Mission. Wir müssen jetzt in ein sogenanntes Ripper-Camp fahren, um Antibiotika zu finden. Für unseren Kumpel Buser, der auf der Krankenstation liegt und dem es gar nicht gut geht. Ich muss es mal so zu sagen. Jetzt wird es natürlich gerade wieder Nacht, ist ja klar. Jetzt wird es wieder schön, dass viele Freakers da draußen sind. Oh, bin ich schon da oder was? Camp Pioneer. Da war ich jetzt auch noch nie. Mal gucken, wie... Ich sollte vielleicht von hier aus zu Fuß gehen. Ist vielleicht sicherer. Mal sehen. Ich bin echt gespannt, was war hier. Ah, noch was zum Lesen. Das ist interessant. Das Pfadfinder-Camp, okay. War das mal. Ist es natürlich nicht mehr. Vielleicht mal hier noch Gesundheit auffüllen. Auch keine blöde Idee. Also eigentlich ist es hier verdächtig ruhig. Fast schon zu ruhig. Ich weiß nicht. Ist es vielleicht verlassen? Skizzo, hier ist St. John. Ich bin an der Grenze. Siehst du jemanden von meinen Leuten? Nein, Skizzo. Alles sauber. Gut, wie viel Zeit habe ich? Zeit? Wofür? Ich weiß nur, dass ich nachher Karten spiele mit ein paar von meinen Jungs. Dabei sollten sie eigentlich Wache schieben. Aber dann ist es halt mal so. Ich würde sagen, wir spielen. Die ganze Nacht. Also bis zum Morgen. Verstanden. Dicken Ende. Was ist das? Gut, dann fahren wir hier mal weiter. Und gehen dann ab hier mal zu Fuß weiter. Vermute, dass hier dann jetzt nämlich das Ripper Camp kommt. Würde ich jetzt mal fast behaupten. Oh ja. Sieht ganz danach aus. Ich kann mich hier nirgendwo vernünftig verstecken. Das ist auch ein bisschen blöd. So weit, so gut. So weit, so gut. Habe ich eigentlich Molotows? Ah, fehlt wieder Kerosin. Es wird auch irgendwie immer knapper, habe ich das Gefühl. So, mal sehen, wie viel ich hier lautlos machen kann. Oh, Kerosin. Sehr schön. Können wir doch mal einen Molotow machen. Ja, sind schon noch ein paar. Ja, echt super. Bis jetzt alles lautlos nicht erwischt worden. So kann es von mir aus bleiben. Ah, wenn es blöd läuft, zieht die mich. Oh, jetzt war ich zu schnell. Hättet sich warten sollen. Na los. Ist nur der eine, oder? Mal gespannt, ob das wirklich schon alles war. Aber okay. Nochmal schön, wenn es einfach geht. Manchmal muss man einfach ein bisschen Geduld haben und dann läuft es. Aber da kommen noch mehr, sehe ich schon. Zumindest mal einer. Na, komm, das reicht. Geh lieber in Deckung. Wo ist denn der eine hin? Ah, da hinten. Ah, da ist so ein Typ mit so einem komischen Holzgestell auf den Schultern. Und schon hat er mich gesehen, der Penner. Oh, erst mal heilen. Ja, ich hätte eigentlich schießen sollen. Das wäre besser gewesen. Gegen den. Ist da drüben irgendwo Schutz? Zumindest mal hohe Gräser, aber ja, es hilft mir ja hier nicht weiter. Jetzt mal sehen, ob wir hier direkt so den Berg hochkommen. Jetzt könnte man ja fast das Bike holen und eigentlich fahren. Aber das ist jetzt so weit weg. Aber echt 170, 180 Meter? Das ist ja schon ein Stück. Ich weiß ja nicht, wie weit ich da jetzt noch laufen muss. Ich glaube, das mache ich mal eben, Leute. Und da haben wir es. Ruck zuck. Das war hier eigentlich auch mal ein offizieller Weg, aber die haben den halt gesperrt. Oh. Das ist schon mal in Deckung, Leute. Der Typ reckt mich total auf. Wo ist denn der? Ach, da hinten. Habe ich Licht gesehen, oder ist das von meinem Bike? Das gibt's doch nicht! Was sind das für Psychos? Oh, jetzt muss der nachladen. Ich glaube es ja nicht. Meine Fresse. Hat der doch gerade schon nachgeladen. Offensichtlich alles verballert. Nicht cool. Ja, jetzt wird er mit dem Bike weitergefahren. Kein Bock, alles zu laufen. Aber da ist wieder ein Scharfschütze. Diese blöden Scharfschützen, die gehen mir auch tierisch auf den Keks. Oh, auch noch zwei. Das ist halt die Frage. Ob ich an denen vorbeifahren kann, oder nicht. Ich versuch's mal. Aber ich glaube, ich muss an denen vorbei. Ich finde das Antibiotika. Ja, geil. Und wo? Wo soll ich denn das jetzt finden? Hier in dem Bereich, oder wie? Da kommen bestimmt noch mehr zu Arschlöchern. Oh. Na gut. Alter Schwede. Was war denn das für ein Freak? Ich erledige den Brecher. Wie soll ich denn das machen? Ha ha ha. Ich werde, glaube ich, als erstes mal Feuer benutzen. Okay, er war weiter. Wow. Verdammt. Wow. Das ist ja der Hammer. Was für ein Idiot. Boah. Na toll. Wo ist der? Ah, da. Ha ha ha. Unfassbar. Oh, Mann. Ey, das interessiert den überhaupt nicht. Der ist ja schlimmer als ein Bär. Toll. Hab gar nichts gesehen. Boah. 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 Okay. Boah. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das gibt's doch nicht! Ich hab ihn geschafft, Leute! Ich fasse es ja gar nicht. Ja, ich glaube ich hab 20 Versuche gebraucht. Weil ich erst nicht wusste, wie man den erledigt. Also Leute, wichtig ist Molotow Cocktails Feuer und dann mit dem Gewehr, mit diesem hier, direkt auf den Kopf schießen. Und dann habt ihr ihn so schnell. Aber das muss man auch erst wissen und rauskriegen. Und ich bin dann doch ein paar Mal dran gescheitert. Ach, hier hat's auch noch Kerosin, gut zu wissen. Ach, das war die ganze Zeit hier drin, oder wie? Ist ja cool. Ich werde mal sehen, dass ich hier noch ein bisschen Munition sammle. Ja, wobei... Ich lauf mal hier noch ein bisschen rum. Bloß aufpassen, dass ich das Antibiotika nicht fallen lass. Aber ich geh glaub doch, weil... Ich hab hier irgendwo noch ein Ding entdeckt. Wie soll ich sagen? Ach, so eine Horde von so kleinen Freakern. Ne, hier komm ich nicht durch. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich hier runtergekommen bin. Ah, okay. Wahnsinn, dieser Brecher. Mordstyp. Das wird ihm helfen. Sehr schön. Yes. Wir sind wieder im Spiel. Oh, oh. Es tut mir leid, Ricky. Ich hab gar keine Zeit dafür. Ich hab ja die Scharfschützen nicht ausgeschaltet. Fällt mir gerade ein. Oh, Mist. Ich muss hier mal einen kleinen Umweg fahren. Hä, wieso muss ich jetzt da vorfahren? Oh, oh. Da komm ich wohl nicht runter. Verdammt. Ich hab heute aber auch kein Glück. Aber hier geht's runter. Oh, Dave! Ah! Du! Du! In die Richtung. Die dürfen nicht zurückkommen. Los! Gefunden? Was noch übrig war, ja. Was übrig war? Ich hab Schüsse gehört. Was ist los? Sind auf ein paar Ripper gestoßen. Ich hab's geregelt. Geregelt? Was? Wow. Ich hätt's wissen müssen. Was wissen? Mann, Ricky, wer sorgt hier für Sicherheit? Weißt du was? Die Frage stelle ich mir jeden verdammten Tag. Ich bin hier fertig. Gut. Was machst du hier draußen? Was ich hier mache, Dick? Eddie sagte, ich soll dich holen. Was? Warte einen Augenblick. Ist Busa okay? Keine Ahnung. Wir müssen los. Hm. Was ist mit Busa? Eddie hat nur gesagt, dass ich dich finden soll. Dann hörte ich, dass du mit Schizo hier wohltest. Jetzt weiß ich warum. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Die Absturzstelle? Die medizinischen Vorräte? Es gibt Geheimnis, Dick. Iron Mike hat mit Carlos verhandelt. Und abgewacht, dass unser Camp alles mit dem Ripper teilt. Schwachsinn! Wie meinst du das? Ich meine Schwachsinn. Ich war da. Der halbe Frachtraum ist schon leer. Alle Spuren bei der Absturzstelle führen nach Süden. Ich hab seit Monaten mit diesen scheiß Rippern zu tun. Man darf ihnen kein verdammtes Wort glauben. Jetzt kriegst du mich Skizo. Skizo? Er hat dich angestiftet. Er hat dir von der Absturzstelle erzählt. Ja, super. Hältst du mich jetzt für Skizos Laufburschen? Nein? Wer hast du dann davon erfahren? Von einem Drifter in Copelands Cairn. Wie du sagtest, es ist kein Geheimnis. Ja, klar. Skizo will sich schon seit einem Monat mit den Rippern anlegen. Er freut sich bestimmt, dass du das wohl bist. Tja. Ihr glaubt uns wohl nicht. Beziehungsweise hat uns durchschaut. Ich hab da mal ne Frage. Muss ich antworten? Als ich dich das letzte Mal sah, vor dem Winter, hast du Iron Mike gesagt, er kann nicht beeilen, weil er nicht für Überlebende zahlen wollte. Das war ein kleines bisschen anders. Oh, ich erinnere mich doch ganz gut. Iron Mike wollte mit Sklavenhändlern nichts zu tun haben. Ich bin kein... Okay. Wir haben niemanden zu irgendwas gezwungen. Was ist mit Tucker? Geht das auch für Sie? Keine Ahnung. Mal dran gedacht, dass jemand, den du da draußen aufspielst, der am Verhungern ist, tagelang nicht geschlafen hat, dass der ihm nicht mehr weglaufen kann? Mal dran gedacht, dass er keine Wahl hat? Aber du hast sie trotzdem nach Hot Springs gemacht. Für ein paar Cannonball. Jeder hat eine Wahl mit Dingen. Für uns ist es auch hart, jemanden aufzunehmen, der nicht arbeiten kann und der nicht hilft. Weißt du, ich bin nur froh, dass Iron Mike nicht so ist wie du. Aha. Harte Worte. William! 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 Wenn du mich hörst! Du musst aufhören! Eddie? Was ist los? Rosa? Hey! Halt ihn fest! Was zum Zweifel machst du da? Was machst du da? Hör zu! Hör zu! Wir müssen das tun! Und zwar schnellstens! Was tun? Lass das! Oh nein! Dick! Nein! Nein! Du wirst ihm niemals! Nein! Das tut ihm nicht an! Hör mir zu! Das Antibiotikum rettet sein Leben, aber nichts auf Gottes Erde rettet seinen Arm! Hör zu! Du musst mir jetzt dabei helfen! Oder dein Freund wird sterben! Okay. Wir verlieren ihn! Lass mich! Dick! Okay. Okay, alles klar. Komm! Hey, komm! Hey, Kumpel! Okay, hör zu! Du bist bei mir bleiben! Halt ihn fest! Okay! Dick! Okay! Ganz ruhig! Okay! Okay! Oh, meine Güte! Wir verlieren ihn! Nein, nein, nein! Er verliert zu viel Blut! Ihr müsst aufhören! Er verliert zu viel Blut! Gib mir den Verband! Okay! Oh nein! Bruder! Komm schon! Komm schon! Halt ihn fest! Alles okay, Kumpel! Wo? Wo soll ich ihn festhalten? Festhalten! Einfach so festhalten! Reiß dich zusammen und halt ihn festlegen! Ich versuch's jetzt! Was? Damals auf der Highschool dachte ich... Hm, vielleicht studiere ich Maschinenbau! Oder doch lieber Chirurgie! Ich hätte wohl Chirurgin werden sollen! Und du? Hey, hey, okay! Hast deinem Freund das Leben gerettet? Was? Ich fürchte, das wird er anders sehen! Ja, vielleicht tut er das! Ich muss ihm jetzt eine Infusion legen! Weißt du? Keine Ahnung, wo du das Zeug herhörst! Ich will es gar nicht wissen! Aber es wird viele Leben retten, Deacon St. John! Sehr viele! Ich muss Eddie helfen! Mike, beruhige dich! Okay? Deacon! Komm raus! Ich weiß Bescheid! Das ging nicht drum, ihn umzubringen! Mike! Lass gut sein! Es ist vorbei! Gottverdammt! Ich weiß! Wird Boozer überleben? Keine Ahnung! Aber die Ripper da draußen sind dir gefolgt! Wenn Carlos das herausfindet, wird die verdammte Hölle losbrechen! Carlos kann mich am Arsch lecken! Du! Setz das Leben anderer aufs Spiel! Ich hoffe, du weißt das! Ich hoffe, du weißt das! Du hattest keine Wahl! Mike! Warte! Ja Leute, ganz schön krass! Ich hoffe, wie es aussieht! Ja! Haben den Boozer den Arm abgenommen! Echt mal gespannt, wann man den nachher sieht! Das Antibiotika! Ja! Hilft ihm zwar das Leben zu retten, aber sein Arm eben nicht so wie die, wie ich sie nochmal, weiß nicht, die Krankenschwester gesagt hat! Oder diese Ärztin, sagen wir es mal besser so! Jetzt muss ich mal eben kurz gucken! Jetzt ist nämlich die eine Mission hier nicht mehr drin, die hatte ich jetzt nämlich mit 80% oder so! Was machen wir denn jetzt hier? Was sagt er? Fahre zur Position! Er hat eine Position! Mission! Wer ist denn er? Er hat eine Mission! Spüre ein Nero-Feldforschungsteam auf! Okay! Ja! Da fahren wir zwar einfach mal eben hin! Aber vorher möchte ich mich noch ein bisschen eindecken! Beziehungsweise so die üblichen Sachen hier erledigen! Wie läuft's? Wie läuft's? Ja, klar doch! Was gibt's hier noch? Munition sollte ich noch haben! Wie läuft's da? Primärwaffe! Eine M14! Ich find's blöd, dass ich die ganzen Waffen noch nicht kaufen kann! Gewehr! Wenn ich das kaufe, habe ich's ja in meinem Waffenschrank oder wie ist denn das? Kaufen wir halt mal! Wieso auch nicht! Also! Munition voll! Alles voll! Ich kann ja gar nichts kaufen! Super! So! Noch zum Mechaniker! Hä? Das ist er doch, oder? Nee! Jetzt regnet das schon wieder! Küche, da will ich eigentlich auch nicht hin! Mann! Ich glaube gerade völlig falsch hier durch die Gegend! Wollte mein Bike noch auftanken! Was ist denn der Mechaniker? Mechaniker, wo bist du? Ach, der ist da drinne! Oh Mann! Ja, ein bisschen tanken! Ja, stimmt! Alright! So! 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 Fahr'n wir mal noch zu diesem Punkt hier. Ein paar hundert Meter. Aber mit dem Brecher da, den er zu erledigen, war echt der Brecher. Der Typ war echt der Hammer. Und ich dachte, ich hätt' für den Bären lang gebraucht, den zu erledigen. Aber der hat länger gedauert. Iron Mike sagt, du wärst bereit, Besorgung für das Camp zu machen, aber nicht fürs Gesund zu arbeiten. Ja, so war's Ende. Tja, das kann ich verstehen. Okay, dann bist du also mein Mann. Also, komm zur Werkstatt. Wir haben einen Job für dich. Ja, okay. Wir klicken hin. Und was ist jetzt hier? Eine Nero-Versorgungsstation, oder was? Hm. Man darf gespannt sein. Da ist ein Ende. Oh, Brian. Ich bin bei einer deiner Barkin. Bei welcher? Was soll das heißen, bei welcher? Dieses Nero-Funkgerät hat doch GPS, hä? Ja, klar, dass das... Okay, du bist bei den O'Lali Falls. Okay, gut. Halt die Augen auf. Ein Mitarbeiter wird jeden Moment da sein. O'Brien, Ende. O'Brien... Verdammt! O'Brien, kommen. Deine Freunde sind hier. O'Brien? O'Brien, du bist so ein Arsch, echt. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Einen Pfeilsender verwenden? Nein, diesmal nicht. Ich verfolge ihn bereits. Folge der Forscherin. Sie soll ein infiziertes Subjekt untersuchen. Ein Freak, der in einer Höhle markiert wurde. In einer Höhle? Du willst, dass ich bewaffneten Nero-Typen in eine Höhle folge? Einfach an ihr dran. Bist du in ihrer Nähe, kann ich ihre Daten abgreifen. O'Brien, Ende. Oh, scheiße. Verdammt, was mache ich hier draußen? Er spielt mit uns, es ist der Oberhammer. Ich arbeite noch an den Infos für dich. Frag mich. Ich verschwende hier echt meine Zeit. Das sehe ich auch so. Oh, oh. Boah, das war knapp. Ich dachte, der sieht mich. Das war echt knapp. Und wo ist die blöde Höhle? Da hinten, oder? Sag Bescheid, wenn du es brauchst. Tja, wie soll ich an dem vorbeikommen? Ich bin zu ihm vorbei, oder was? Boah. Ich muss da rein, aber ich weiß noch nicht wie. Boah, schnell verstecken. Das war knapp. Das war knapp. Wir sind weg, bevor es dunkel wird. Ja, alle hier dranbleiben. Richtig, O'Brien. Okay. Glück gehabt. Ich bin ein bisschen mehr. Okay. Ja, ich bin Soldat. Und vor der Freakshow habe ich Biologie studiert. Also erklären Sie es. Wirklich? Bitte. Okay. Wir wissen es nicht genau, aber Bluttesten zeigen. Aktuelle Beweise legen nahe, dass sich der Virus über das Lymphosystem ausbreitet, reproduziert und Zellen in katastrophalen Maßstab angreift. Angreift? Genauer gesagt, bleib an mir dran. Was zur Hölle macht die da? Krebs. Hört ihr das? Lauf weiter, komm. Sehen Sie ihn an. Sehen Sie sich alle an. Sieht das für Sie wie Krebs aus. Vielleicht eine ganz übliche. Boah. Nein, dies hier ist viel schlimmer. Was meinen Sie? Dieser Virus hat eine Mission. Die Freaks sind, wie sie sind, weil der Virus sie so haben will. Was soll das heißen? Das heißt... Was heißt das? Terrorismus? Sagen Sie das mal Absicht? Ich weiß es nicht. Na ja, passt das schon. Ist sie fertig? Okay, ich mache lieber einen Abflug. Wie soll ich denn da? Gibt es ja noch einen anderen Ausgang. Ich hoffe eh es. Ah ja, sehr gut. Ja, alles klar. Kann ich direkt hier runter? Ja, perfekt. Das war eine kurze Mission. Das war eine kurze Mission. Manche gehen Ewigkeiten. Kehre zu Iron Mike's Camp zurück. Sprich mit Ricky. Oh Brian, ich habe die Daten. So, Fertigkeitspunkt. Will ich mal eben noch gucken. Fernkampf. Schauen wir da mal noch, was es da noch gibt. Beziehungsweise, wie ist das denn mit dieser Nachladezeit? Gibt es da auch irgendwas, was man während des Sprintens auch nachladen kann? Fernkampf. Ah, das brauche ich unbedingt hier. Die Fähigkeit beim Sprinten eine Fernkampfwaffe nachzuladen. Das fehlt mir noch. Das brauche ich unbedingt. Also muss ich auf jeden Fall hier weitermachen. Dass das irgendwann mal freigeschalten wird. Ha! Jetzt ist es frei. Frei, ja. Sehr gut. Ich empfange sie gerade. Danke, Drifter. Wovon zum Teufel redet die da, O'Brien? Von diesem Virus oder was auch immer das ist und was er anrichten kann. Verdammt, ich will wissen, was da los ist, O'Brien. Was machen die hier? Was zur Hölle macht ihr da? Ja, O'Brien. Okay, ich melde mich. O'Brien Ende. Toll. O'Brien Ende. Richtig. Ja, an dieser Stelle mache ich mal wieder einen Cut, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wie ich den Brecher erledigt habe. Und ja, wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen oben da lassen. Ja, Ricky, was gibt's? Oder meinen Kanal abonnieren. Tut mir leid, was mit Busa geschehen ist. Ja, ihm selbst tut's wahrscheinlich am meisten leid. Eddie wollte, dass du eins weißt. Hätte sie das Listenmesser nicht gehabt, würde es Busa jetzt bei weitem schlechter gehen. Ja, es hat's wohl einfacher gemacht, ihm den Arm abzuschneiden. Jedenfalls, wir hoffen, dass er's schafft. Er ist auch mein Freund. Okay? Hoffe ich auch. Okay, an dieser Stelle. Danke für deine Hilfe, Ricky. Ich muss los. Deacon Ende. Ja, ich muss auch los. Bis dann, Leute. Das ist ein Ende. Die Hilfe. Und ich muss los. Vielen Dank.